Du Schatz? Ja? Magst was? Warte. Ruckst du irgendwas? Nein, ich ruck nichts. Nein, das habe ich mir nämlich doof. Was darfst du dich noch hier und in den Karten? Ich habe Schmacht. Du, äh, meine Pferden sind so groß. Ich komme nach deiner Arbeitsplatte. Aha, nun kriege ich es an. Hast du dich mit den Pferden doch arrangiert, was? Ja, nützt ja nix. Na, Schmacht, da dann was. Ja, das ist auch richtig so. Weil die wollten nicht meine. Nein, du hast recht. Du, ich habe von dir auch mal googelt, ne? Googelt hast du? Ja, ich habe googelt. Ah, was hast du denn googelt? Ich habe googelt, wo man sich in Pflege am besten hinsetzen hat, bloß für den Fall, dass die Pflege oft stört. Hä? Ja. Du hast googelt, wo man sich hinsetzt in Pflege für den Fall, dass die oft stört? Ja. Ja. Und... Ja, fuhl mir einfach so in. Und was meinst du, was setzt man so am besten hin? Äh, so als ich es wieder dem verdämmt, mit Korbantlein und Knälen. Nee. Hä? Föden, wenn Glück hast, kommt der Getränkewagen noch mal verberuhlt. Du bist so doof. So, ich habe totalen Angst, Herr Kriss. Ha, 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 ha.